Grüß euch alle miteinander zu Winningers Wirtshaus Weisheiten vor dem Hormspur gegen den Halleschen FC. Der Andre Mayer, Trainer von den Hallenzern, hat in den ersten drei Spielen auf eine Dreierkette gegen einen Ball respektive auf eine Fünferkette hinten gesetzt. Nachdem der Innenverteidiger und Kapitän Niedfeld und der rechte Außenverteidiger Kreuz gegen Freiburg beide mit glatt rot vom Platz geflogen sind, hat man gegen Oldenburg dann auf eine Viererkette umgestellt und siehe da zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel gewonnen. Der Sieg gegen Oldenburg erinnert sich ein bisschen an den Lucky Punch von einem taumelnden Schwergewicht. Im Boxen quasi, wie die anderen Spiele von Halle zuvor auch, war das gegen Oldenburg nicht wirklich ein Feuerwerk der Attraktivität. Also zumindest wenn man das Spiel von Halle anschaut. Oldenburg war eigentlich ganz gut, ich verstehe bis jetzt noch nicht, warum die das verloren haben, aber halten wir uns damit nicht so lange auf. Es wird vermutlich ein 4-2-3-1, das sich in der vordersten Linie wie meistens auf ein 4-3-3 bei der Formation verschiebt und gegen einen Ball auf ein tiefes 4-5-1 grundsätzlich versucht, das Halle in der Offensive strukturiert vorzugehen, nur machen sie das in einem Tempo, das der gegnerischen Mannschaft immer wieder erlaubt, sich zu formieren. Und deswegen finden die Hallenser selten im Mittelfeld irgendwelche guten Anspielstationen. Ende vom Lied, es läuft viel und zwar sehr viel über den langen Ball und über minutenlanges Rumgeschiebe in der eigenen Defensivreihe. Gegen einen Ball stehen die Hallenser bisher immer relativ variabel auf hoher oder mittlerer Pressinglinie. Allerdings sieht man, dass wenn Mannschaften präzise im Passspiel sind und viel Bewegung im Mittelfeld haben, dass die Hallenser ganz, ganz schnell sich weit hinten reindrängen lassen. Dann wird natürlich das Mittelfeld brutal zugemacht. Das heißt, man muss mit viel Bewegung und präzisem Passspiel agieren, dann hat man da eine gute Chance gegen die Hallenser. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, Geduld wird vermutlich eine der obersten Tugenden sein, die die Spieler von 60 auf den Plan bringen müssen. Obacht geben muss man in Umschaltmomenten. Das hat sich bei Halle bis jetzt sehr effektiv herausgestellt und zwar der Konterfußball. Wenn da die Präzision noch steigt, kann das durchaus das Mittel werden, mit dem Halle sich dann am Ende doch noch in der Liga hält. Weil wenn das ansonsten nicht besser wird bei Halle, sehe ich jetzt schon wenig Chance. Stärken und Schwächen im 4-2-3-1, entnehmt es bitte wie immer der Taktiktafel. Die ist ab Freitagmittag auf 60er.de zu finden. Kommen wir zu den Schlüsselspielern. Da steht im Tor die Nummer 23, der Felix Gebhardt. Der ist ausgeliehen vom FC Basel, ist ein 20-jähriger Jungprofi. Logisch fehlt Erfahrung, aber er ist trotzdem solider Torhüter, keine großen Stärken, keine großen Schwächen. Torhüter-Position war ja auch in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen so eine Sache in Halle. Werden wir sehen, wie der sich da schlägt. Dann in der Abwehr fehlt ja jetzt der Kapitän Niedfeld. Den werden Reddemann und Vollert gemeinsam vertreten. Also nicht als Kapitän, aber in der Innenverteidigung. Was kann man zu den beiden sagen? Als Schlüsselspieler ist von denen keiner. Die sind relativ ähnliche Spielertypen, die beide über das Stellungsspiel und abgefangene Bälle versuchen, ihre Defensivaufgaben zu lösen. In den defensiven Zweikämpfen haben sie sich diese Saison noch nicht besonders ausgezeichnet. Mittelfeld haben wir in der Defensive dann den Niklas Landgraf. Der ist eigentlich ein Innenverteidiger, ist aber, was das Spiel gegen den Ball angeht, auch auf dem Sechser, logischerweise keine Fehlbesetzung. Und wenn ein Innenverteidiger durch Verschiebungen aus der Position gezogen wird, kann der Landgraf das problemlos stopfen. Auf der Position ist allerdings tatsächlich auch der Reddemann denkbar, dann wäre der Landgraf in der Innenverteidigung. Offensivmotor soll der von Hertha BSC nach Halle gewechselte Timur Geirett sein. Ich hoffe, den habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Das war zwar bisher noch ein bisschen große Schuhe, die er sich da angezogen hat, aber das wird schon werden. Der war im Sommer ja auch einmal bei 60 im Gespräch. Das ist ein Offensivspieler, dem halt noch ein bisschen der Schliff und die Konstanz fehlt. Technisch toll, absolut torgefährlich. Hat letztes Jahr in der Regionalliga Ost 14 Treffer und 10 Assists gehabt. Ist auf allen möglichen Positionen im Mittelfeld und auf dem Flügel einsetzbar. Wenn er jetzt im Spiel nach vorn mit dem Leon Dahmer, der aus Havelse gekommen ist, noch ein bisschen besser zusammenarbeitet, kann das durchaus nach vorne auch gefährlich werden, was die Hallenser da machen. Und zu guter Letzt haben wir im Sturm den Sebastian Müller. Das ist eine Leihgabe aus Bielefeld. Der war vergangene Saison schon nach Braunschweig verliehen. Hat dort quasi am Stammspieler-Status gekratzt. Hat jetzt nicht besonders viele Tore geschossen. Ist bei Halle jetzt allerdings die absolute Nummer 1 im Sturm. Hat in den vier Spielen bisher einmal getroffen. Der Müller ist schnell, technisch gut, wendig. Und er legt auch gerne mal einen Schuss für einen Mitspieler auf. Im Prinzip kann man sagen, pro zwei Schüsse, die er selber macht, legt er einem Mitspieler einmal den Ball hin. Als Fazit bleibt mir nur zu sagen, wenn man sich Halle anschaut, was die bisher geleistet haben, ist, dass die spielerisch schlechteste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben, das 2-0 gegen Oldenburg, war Kosmetik gegen einen noch nicht erfahrenen Gegner. Wenn man da konsequent draufpresst, wenn man in den Umschaltmomenten gegen den Ball konzentriert ist und das Gegenpressing funktioniert und in der Abwehr generell konzentriert ist, macht man Halle überhaupt keine Angst. Freitagabend, Giesing, Flutlicht, die packen wir schon. Oberste Voraussetzung ist natürlich, dass wir es ernst nehmen und immer konzentriert auf dem Spielfeld stehen. Ich schaue der ganzen Sache sehr ruhig entgegen. Wir werden, denke ich, die drei Punkte in Giesing behalten. Wenn nicht, liegt es nicht an der Qualität oder Stärke von Halle, sondern daran, dass wir unsere Geschichte nicht so umgesetzt haben, wie wir das vorhanden.